Ich stehe hier und starre auf mein Flugzeug, aber ich kann nicht einsteigen. Und wieso nicht? Weil ich nicht weiterleben kann, wenn ich weiß, dass du noch rumläufst. Wo ist der Junge? Glaubst du, er will irgendwas mit dir zu tun haben? Ich glaube, dass er verwirrt ist. Sag mir doch einfach, wo du bist, dann können wir die Sache zu Ende bringen. Willst du verhandeln? Auf dem Flugplatz. Bei der St. Georgskirche. Ich komme nicht, um zu verhandeln.